Hallo liebe BFC-Fans, ich hoffe euch und euren Familien geht es gut. Mir geht das soweit bestens, bloß der Fußball-Fürden natürlich. Geht euch wahrscheinlich genauso. Ich möchte mich hier im Namen der Mannschaft bei euch bedanken, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Macht weiter so, damit wir uns am 18.04. gemeinsam gegen Corona durchsetzen können. Genießt das Wochenende und die Osterfeiertage und was ganz wichtig ist, bleibt zu Hause. Euer Dennis